Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Obscure 2, der zweiten heutigen Folge. Die erste Folge war Jurassic Park Operation Genesis und später kommt noch der Herderinger Online-Boot. Beim letzten Mal bei Obscure 2 waren wir mit Cory und Shannon unterwegs. Der Titel heißt eine Bootsfahrt mit Feinden, weil wir jetzt auf eine Insel mussten, Turtle Stone Island, wo der Prof und Stan sein sollten. Die haben wir leider noch nicht gefunden. Sven und Amy wurden nachkommen, aber wir sind nicht gestorben und es lief gar nicht so beschissen, wie man vielleicht denkt. Wir sind jetzt bei der Pontoon Snack Bar und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Wir brauchen ganz dringend Munition, wir haben beim letzten Mal sehr viel Munition verballert. Unter anderem bei den Harpien, die wir unterwegs hatten, aber auch weil es hier wieder eins von diesen lustigen Brüterviechern gab. Und ich glaube, ich gebe Cory mal einen Energy Drink, obwohl das geht glaube ich noch. Ansonsten wir haben ein Energy Drink, zwei Health Packs, äh zwei Energy Drink und ein Health Pack. Und ja, hier bei der sogenannten Snack Bar haben wir schon alles gecheckt. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach, obwohl, ging es da noch wo lang? Nein. Wir gehen jetzt einfach hier weiter. Und hoffentlich finden wir Stan und den Prof. Das wäre ganz schön. Ah, da vorne steht der Prof. Ich bin auf dem Moment. Du warst viel quieter, als du krank warst. Ist es das Lack von einer Femaligen Presen, der dich so jittert? Shannon, du hast mich zu Ende. Ich bin noch ein Baby, Stan. Ich schüge nur so gut wie du jetzt. Wir können hier noch nicht mehr bleiben. Wir müssen weitergehen. Okay, also, das Gute ist, ich mach kurz auf Pause, weil ihr habt gerade gesehen, wir sind wieder im Boot. Das Gute ist, Stan und dem Prof geht's gut. Der Prof hat, glaube ich, gerade eine von diesen Parasiten untersucht. Und ja, gerade der Schrei war wohl von Amy. Und ja, die wollen jetzt irgendwie noch mal weiter aufbrechen. Wir sind jetzt wieder mal im Boot. Und da wir im Boot sind, gebe ich mal schnell Amy wieder Knarren in die Hand. Wir wissen ja schon, dass hier Viecher kommen können. Gummigeschosswaffe, nur für den Fall. Okay, also Amy hat keine Erinnerung, was passiert ist. Amy hat keinerlei Erinnerung, was passiert ist beim Damm. Das ist nicht so toll. Weil Kenny halt gesagt hat, er war nicht besonders sanft zu ihr. Und irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Aber Sven hat gerade ganz klar gemacht, er wird sie nicht gehen lassen, selbst wenn sie ihn tötet. Ja, man kann zu Sven sagen, was man will, aber er ist wirklich sehr loyal, was seine Freundin angeht. Ich finde ja persönlich, dass das Amy nicht unbedingt verdient hat. Aber Mitleid habe ich mit mir schon, so ist es jetzt nicht. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Das ist gerade ein bisschen doof. Vielleicht habe ich halt keine Ahnung abprobieren müssen. Ich schwimme, ich ruder einfach mal halbwegs geradeaus. Das ist ja noch keine Harpien hier. Ja, aber geradeaus ist nur eine unsichtbare Wand. Dann ruder ich jetzt einfach mal hier entlang, sofern das geht. Ja, mal wieder muss der Mann steuern hier. Das war ja bei Corey und Shannon auch so. Aber im Gegensatz zu Corey sagt Sven nicht sofort, dass sein Arm wehtut. Da vorne sieht es doch nach einem... Hier kann man doch bestimmt halten, oder? Ach komm schon, hier muss doch irgendwo ein Steg sein. Hier sieht es doch so nach Steg aus. Jetzt ist hier wirklich kein Steg. Komm schon. Können wir nicht hier irgendwo halten. Es ist verdächtig ruhig gerade noch. Keine Angriffe gehabt. Und wie gesagt, beim letzten Mal, die Bootsfahrt war nicht so angenehm. Deswegen ist es gerade verdächtig ruhig. Das sieht hier so nach Steg aus. Wir müssen doch hier irgendwo hochkommen. Beim letzten Mal war es auch ausgeleuchtet. Wo wir mit Corey und Shannon unterwegs waren. Diesmal irgendwie gar nicht. Das Blöde ist halt, dass die jetzt mit Booten weg sind. Das heißt, können wir ihn nirgendwo anlegen. Hier ist doch überall Land. Jetzt nämlich rollen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Das Blöde ist halt, was ich sagen wollte, ist, dass jetzt die vier wieder von der Insel weg sind. Gegen den Booten. Und das wissen jetzt aber Sven und Amy nicht. Es sei denn, sie wollen ihnen nur zur Hilfe kommen, weil sie halt den Schrei von Amy gehört haben. Und ich denke mal, es war Amy's Fall. Das stört mich gerade trotzdem, dass wir keine Ahnung haben, wo wir hier anlegen sollen. Wir fahren hier dauernd am Bestand. Also was ist das Strand? Dauernd an der Wand vorbei. Es wäre schön, wenn wir jetzt mal was zum Anlegen finden würden. Es sieht hier überall nach Land aus. Man muss doch hier irgendwo anlegen können. Irgendwann werden wir Land erreichen. Ja, wir sind schon die ganze Zeit in der Nähe von Land. Übrigens war das gerade keine tolle Aussage, Amy. Ja, hier sind doch überall so Holzplatten und bla. Hier muss doch irgendwo ein Steg sein. Ich will es mir doch nicht erzählen, dass hier nirgendwo ein Steg ist. Beim letzten Mal, die Ruderstelle war ja nicht so lange. Äh, von Shannon und Cory. Da ist der Steg. Endlich. Weil hier ist auch der Lader. Gut. Okay, Amy, du nimmst ja die Knarre bitte weg. Wer ist denn verwundet da? Amy ist verwundet da, okay. Dann kriegt Amy den Schocker. Und Sven die Stachelkeule. Aufladen müssen wir den ja nicht. Jetzt müssen wir halt genau denselben Weg gehen, den... Ach, mal wieder kleine Krabber hier. Und ein dickeres L-N-E-Extremal. Ich habe es schon gerade gesagt, aufladen müssen wir eigentlich nicht, aber gleichzeitig ist es schon aufladen müssen. Na komm, hau ihn nieder, Sven. Rügel ihn. Ernsthaft, Amy? Du kriegst von Sven ein Kompliment, dass du wie eine Valkyrie kämpfst und du findest es kacke? Genau deswegen meine ich, ich mag Amy irgendwie nicht so sehr. Die Batterie ist voll. It's okay. Da mag ich Sven echt lieber. Haben wir jetzt eigentlich Serum, weil wir haben gleich die erste Stufe erreicht? Nein, haben wir nicht. Ja, das war jetzt eine Exxon und ein paar Parasiten. Wie gesagt, von Parasiten scheint die Insel ja gar nicht genug zu kriegen. So, dann schauen wir mal. Schroffind-Munition, sehr schön. Dann gleich die Schroffind immer schnell nach. Insgesamt sieben Schuss. Das sind noch nicht großartig viele, aber langsam kriegen wir ja wieder Muni. Weil, äh, ich meine, die Bootsfahrt war jetzt länger, aber das Gute war, dass es keine Angriffe gab. Im Gegensatz zu Ersten. Das fand ich jetzt schon sehr gut. So, wir könnten da lang gehen. Ich denke mal, das ist der einzige Weg. Oder ist hier irgendwas? Ey, die sieht jetzt auch nach Weg aus. Ja, das ist ein bisschen, keine Ahnung. Also, das gerade eben, was sagt sie denn hierzu? Das ist wahrscheinlich das, ah, ein Energy Drink. Das ist wahrscheinlich das Brot von Shannon und Corey. Sie sagt dazu gar nichts. Ähm, das finde ich halt irgendwie ziemlich unschön, weil, wie gesagt, Sven hat ja gerade eindeutig ein Kompliment gemacht mit der Valkyre. Und sie sagt nur, dass er mit dem Norweger schon ein bisschen zu weit geht. Keine Ahnung. Ich verstehe Amy da mit solchen Aktionen einfach nicht. Okay, das sieht mir nach Siedlung aus. Oder ist es das Haus vom letzten Mal? Aber das hatte ja keinen... Nee, hier sind Gräber. Das sieht mir eher nach einer Krypte aus. Huh, ein Cemetery. Ich sah ein Haus, gerade da drüben. Wir müssen über dieses Mausoleum gehen. Ein Mausoleum. Mit vielen Gräbern. Ganz toll. Bestimmt rufen hier gleich die Leute zum Zombie Walk. So, hier können wir aber was untersuchen. Gut, dass wir Amy gerade haben. Das brauchen wir bestimmt gleich. Mal wieder puzzeln. Aber ich muss sagen, ein Mausoleum erfreut mich jetzt nicht gerade. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja, das kommt irgendwo in die Mitte oben. Erstmal die Ecken, wie immer. Äh, das ist eine Ecke. Und wo ist die untere Ecke? Wahrscheinlich die hier. Ey, hier einfach weggehen. Okay, offensichtlich ist die jetzt nicht. Das hier könnte auch noch eine Ecke sein. Ja. Okay, dann das kleine Stück ist wohl das da. Wir bauen das bestimmt wieder gleich bei einem Rätsel. Wie gesagt, eine Krypta erfreut mich jetzt nicht gerade. Nee. Wird wohl eher so hinkommen. Ähm, das könnte so passen. Diesmal haben wir keine Monster beim Zusammensetzen. Im Krankenhaus hatten wir beim Zusammensetzen dann Parasiten. Andererseits hatten wir jetzt mehr als genug Parasiten. Nee, das muss schon da hin. Das muss wahrscheinlich hier hin. Nein. So. Dann das hier. Das hier kommt auf jeden Fall noch nach oben. Nein, dann stimmt aber was nicht. Das muss wahrscheinlich so nach oben. Nein, nach oben. Grrrr. Das war nicht so schlecht beim Puzzlen. Also irgendwas passt da nicht. Tun wir das hier nochmal weg. Das hier ist auf jeden Fall der untere Teil. Das könnte auch hier hin passen. Dann könnte das hier hin passen. Nein, ein bisschen höher bitte. Und das hier her. Gut, jetzt haben wir es. Okay, was haben wir denn hier drauf? Eine interessante Zeichnung auf jeden Fall. Eine verschwinste Zeichnung ein bisschen. Mal in der einen Drache und ja. Wiederhergestellten Objekten. Sachen werden Inventaren zugefügt. Ach, wir können die Gräber benutzen. Die Leute müssen was versteckt haben. Wir können die Gräber benutzen. Hm. Das ist bestimmt wieder ein... Grätsel hier. Wahrscheinlich müssen wir das machen, um in die... uns Mausoleum bantzukommen. Denn dieses hier... Da kommt bestimmt nicht einfach so rein, ne? Irgendwie muss man die Wand bewegen können. Ja. Das geht wahrscheinlich nur mit den Gräbern. Okay, bevor wir die Gräber bewegen, will ich kurz noch gucken, ob hier irgendwas anderes ist. Das hier ist doof. Weil ich weiß jetzt die Kombinationen nicht. Schauen wir mal. Objekte. Wiederhergestelltes Dokument. Allgemeiner Bericht. Grunde des Krankenhauses. Allgemeiner Bericht. Rezept für Sprengstoff. Und Autopsiebericht. Allgemeiner Bericht. Allgemeiner Bericht. Wiederhergestellte... Stehle. Das ist bestimmt ein Hinweis auf die Gräber, aber es gibt halt keine genauen Koordinaten oder irgendwas an. Hm. Gucken wir mal. Also welche Gräber könnten wir denn alle bewegen? Gucken wir mal in die erste Reihe. Ich meine, unten sind Symbole drauf. Sven, geh mal weg. Da ist zum Beispiel unten ein Symbol drauf. Nochmal, wie sieht denn das aus? Als erstes so ein komisches Teufelsviech. Dann ein langer Schwanz. Am Ende ein Drache. Und das zweite, keine Ahnung, was es darstellen soll. Weil hier ist so ein... Unten drauf, sowas. Vielleicht müssen nur die oben bleiben und alle anderen runter. Aber man kann das hier ja auch benutzen. Ach, so kann man Sven bewegen. Ich tue mal den hinteren nochmal hoch. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass Kenny wirklich tot ist, mein Lieber. So, ich wette, es hat mit diesem Ding zu tun. Bei diesem Ding eben durchschauen und dann Sven steuern kann. Das heißt aber auch, es muss mehrere geben. Den kann man nicht benutzen. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil hier kenne ich die Lösung gerade nicht. Den kann man auch nicht benutzen. Bestimmt ist es auch gar nicht so schwer hier mit der Kombination. Aber schwer genug. Okay, ansonsten rate ich jetzt einfach mal, so wie viele Reihen haben wir denn. Wir haben hier die erste Reihe. In der ersten Reihe sind eins, zwei, zwei Gräber. Dann die zweite Reihe sind eins, zwei, drei, vier Gräber. Die dritte Reihe haben wir eins, zwei, drei, auch vier Gräber. Oder fünf, je nachdem wie man zählt. Und dann bei der letzten Reihe ist einer. Nein, bei der letzten Reihe sind wir zwei. Okay, das heißt, wir haben immer gleiche Anzahl. Das heißt, ich mache jetzt mal einen bei der ersten Reihe weg. Und den hier auch benutzen. Nein, man kann gar nicht jeden benutzen. Das halt hier mit den Kamera wechseln wäre total toll. Mal wieder. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Die Steinplatten formen ein Bild. Das Bild muss ja am Ende das hier ergeben. Nehme ich mal stark an. Okay, wenn die Steinplatten ein Bild formen. Da braucht man wahrscheinlich alle Teile, die ein Bild drauf haben. Das hier hat ein Bild drauf. Deswegen lasse ich es mal. Das hier hat kein Bild. Doch. Bist du irgendwas, was kein Bild hat unten? Hat auch ein Bild, hat auch ein Bild. Wenn du stehst, gerade voll im Weg übrigens. Hat auch ein Bild. Ich glaube, die haben alle Bilder. Ach man, geh doch mal aus der Sonne. Okay. Ich meine, das hier hat kein Bild, aber das kann man auch nicht bewegen. Dann, was ist hier unten drauf? Hier unten ist... ...drauf eine... ...okay. Das könnte passen. Dann hier... ...wenn die Sicht passen würde, Kamera... ...ja Sven, ich arbeite dran. Das ist nicht so easy. Also hier vorne ist... ...die Frage ist halt, was ist das Bild? Ist das Bild das hier? ...wenn der nach unten zeigt? Oder ist es das, was hier auf der Steinplatte ist? Ich glaube, es ist das, was auf der Steinplatte ist. Wie lange haben wir denn noch? Noch 10 Minuten. Ja, ich weiß. Ich hapere jetzt hier gerade an dem Rätsel rum. Das ist ein bisschen doof. Ja, wenn wir gar nicht weiterkommen, dann ähm... ...ich benutze jetzt mal die Maus ein bisschen. Ja, mit der Maus kann man nämlich die Kamera doch wechseln. Habe ich aber erst vor kurzem gemerkt. Wir brauchen die Maus hier einfach. Boah, ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, vielleicht sind auch nur die wichtig. Weil hier kann man ja durchschauen. Und vielleicht sind dann nur die wichtig. Vielleicht muss man das... ...so irgendwie machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier den benutzt... ...siegt man den zweiten ja nicht. Wenn ich jetzt hier vorne alle runter tue, eingenommen... ...ich tue jetzt mal alle runter. Wie gesagt, ich tue jetzt mal alle Gräber runter. Und dann tun wir die wieder hoch, die entscheidend sind. Werden wir das rausfinden. Also es ist schon mal interessant, dass die ein Bild formen. Ich finde dieses Rätsel hier relativ schwer, muss ich gestehen. So, da vorne ist noch ein Grab. Also ich glaube, man muss hier durchschauen. Und ich glaube, man muss hier durchschauen. Und dann muss man irgendwie so das Bild formen. Sonst noch irgendein Grab oben. Wie gesagt, ich tue erstmal alle nach unten. Und dann, ähm... Ich glaube, jetzt passt das. Da vorne halt noch das. Aber das kann man nicht benutzen. Das ist ein interessantes Rätsel, aber wie ich finde, ein ziemlich schweres Rätsel. Das ist übrigens eine tolle Idee, by the way. Jetzt müssen alle unten sein. In ein Mausoleum zu wollen, aber das nur am Rande. So, äh... Die Wand jetzt könnte man wohl nicht bewegen, ne? Kann die Sven vielleicht bewegen, weil er ja kräftiger ist? Nein. Das hätte mich auch gewundert. Dann schauen wir jetzt nochmal. Es muss ja irgendwas mit der Steinplatte zu tun haben. Also die Steinplatte nochmal angucken. Ganz rechts ist der Drache und links ist diese komische Teufelsgestalt mit dem langen Schwanz, der sich verwirbelt mit dem anderen Schwanz von dem dritten Viech. In der Mitte, wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll. So. Das Blöde ist halt, dass man hier Sven kaum sieht, aus dieser Perspektive. Was ist jetzt zum Beispiel hier drauf? Ach, das sieht man ja total toll. Ja, ansonsten mache ich die Folge früher Schluss und gucke dann immer oft, wie das Gräser geht. Weil im Moment habe ich keine Ahnung. Wie lange haben wir denn noch? Sechs Minuten. Ja, okay, wisst ihr was, dann mache ich jetzt hier auf zurück und werde jetzt früher Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Part werden wir dann natürlich in der Folge starten. Der geht dann auch fünf Minuten länger. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Und ich glaube nicht, es sind fünf Minuten die Lösung finden. Ich stelle halt dann natürlich die Bootsfahrt kurz nach. Also man muss halt kurz mit, muss halt dann kurz nachstellen mit Cowdy und Shannon runtergehen, dann die Bootsfahrt nachstellen und die ersten paar Viecher töten. Und den einen Erschchenk holen, damit man dann eben hinkommt zum Maus-Union. Und ja, ich gucke bis zum nächsten Mal, wie das funktioniert mit den Steinen. Weil im Moment, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das geht. Sorry dafür, aber ich will jetzt auch nicht, dass ihr ewig langweilt und wir ewig rumgehen und dann nichts rauskommt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn, wie gesagt, die Folge dann verknüpft, länger wird. Bis dahin, Freunde. Gehaft euch wohl.